Hallo und herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods Mit dabei wieder Wuschelchor Ich hab grad irgendwas angeklickt und weiß nicht was Du hast kaputt gemacht Ah ne, ist jetzt auf dem Stuhl Ah, oh Gott, hallo Ich geh hingesetzt Ja Cool, ich geh ernten Ich geh ernten Ich hab vergessen, was ich das letzte Mal alles machen wollte Ich hab mir so viel Ich wollte so viel tun Ach so, den Bummer packen Doch, ich weiß es wieder Ich hab ein Schild in meinem Haus Hallo Wuschel, Grüße Rikki und Maeve Hallo Rikki und Maeve Werde übernachtet Das kann sein Mal wieder bei den anderen in die Folgen reinschauen Normalerweise schau ich die Wildcrafter-Folgen von den anderen immer vorm Schlafen gehen Aber momentan schlafe ich dabei halt einfach immer ein Das ist doch normalerweise nicht Normalerweise klappt das nicht bei YouTube-Videos, einschlafen Aber bei Wildcrafter, das ist irgendwie so spannend Man kennt das alles Die sind einfach alle so langweilig Da schlafe ich immer direkt ein Das wollte ich gar nicht sagen Aber du hast recht, Herr Ters Das ist einfach entspannend Es sieht so schön aus hier Ich hab übrigens den Tipp bekommen Wenn man diese Carpenter-Sachen setzt Man muss einfach nur den ersten setzen Und dann mit dem Hammer draufhauen Und dann passen sich die nächsten schon automatisch an Ja, das hab ich auch gesehen Als ich da rumexperimentiert mit unserem Teleporter-Haus Das bald fertig ist Oh Nice Ist die Dagi-Bee ausgepresst? Die Dagi-Bee ist richtig fett ausgepresst Sehr verlockend und sehr schön Steht an meinem Feld Das Gefühl, ich hatte hier so eine Hausbewertung zu Gast Brauchen wir mal so jemanden Der sich über den ganzen Server geht Und so alles bewertet So Tine-Wittler-Style Ich kann jetzt ganz viel Essen ernten Das ist alles Alles Gematuret Die ganzen ausgelutschten Dagi-Bees Die kann ich jetzt nicht mehr tragen Ich glaub, meine Dagi-Bee müsste auch noch Also die ist ja gar keine Dagi-Bee Das ist Nachfahre der Dagi-Bee Das ist viel schrecklicher Oh Gott, die kann sich vermehren Anscheinend schon Ich will noch nicht Ich auch nicht Nicht nachdem ich die letzten Videos von ihr angesehen hab Und gedacht hab Also früher hab ich ja gedacht Ja, ist Unterhaltung Wer das gut findet, bitte Aber jetzt hab ich mir gedacht Ja, ist niveaunlos Möchte brechen Wirklich, wirklich Also das hat sich so stark verändert Dass es einfach Immer mit Traurig Also ich glaub, das ist bisher Einzige Und letztes Video, was ich von ihr geschaut habe War, als sie da offiziell mit ihrem Typen auseinander war Haben die ja irgendwie so ein Video darüber gemacht Und ich glaube, das hab ich mir angeguckt Hab danach noch so ein, zwei andere Videos Auf ihrem Kanal angeklickt Und hab dann entschieden Nö Das reicht Ja Ich sag ja, ich geb mir mal allem ne Chance Und ich seh nur den Haltungsfaktor Und den Unterhaltungswert bei solchen Sachen durchaus Ich guck ja auch YouTuber, wo andere sich Ähm, an die Nase An die Nase, an die Nase Und an die Stirn klatschen würden An die Nase wahrscheinlich auch Weil sie Angst haben Sie fällt ihnen ab vor Schreck Ich mag die Melina gerne Die ist nett Laut die Musik gerade Da wird mal leiser, man So episch ist das gerade hier nicht So episch ist das wirklich nicht Komm, wir machen mal ne andere Playlist Im Hintergrund, Leute Oder was nehmen wir dann hier Akustik Äh Äh Funny Happy Äh Anklicken Schon irgendwo Gurken drin hier Seid ihr Gurken? Ja Oh Gott, die Webcam hat schon wieder Probleme Ich muss grad die ganze Zeit lang die Webcam manuell nachsteuern, Leute Sorry I'm so sorry Aber es geht nicht anders Ähm Ähm Achso, ich hab ja wieder Bunschen so im Inventar Ich zum Beispiel guck ganz gerne Graveyard Bunny Das ist so ne etwas durchgeknallte, verrückte, amerikanische YouTuberin Die Ach, sie hat, sie macht Make-up-Videos und Test-Videos von irgendwelchen Produkten Wo sie einfach sagen Sie sagt immer dieses Does this thing really works? Ähm Weißt du, so irgendwelchen Scheiß und testet das von der Kamera aus Und immer so total Die ist so authentisch Die hat so total schief nach schräge Zähne Und, und, und Ist auch immer ungeschminkt von der Kamera Obwohl sie auch Make-up-Videos und sowas macht Die ist so Die ist so natürlich Ich find das cool Die ist irgendwie Die verbreitet immer so gute Laune Okay Aber andere Leute würden denken Boah, die schreibt mich ja die ganze Zeit an Wenn sie redet Und ich mag das irgendwie Ich brüll ja auch immer viel rum Ja Ich hätte jetzt erwartet, dass du Nein sagst Aber egal Nein, es stimmt ja, es stimmt ja Es ist Nacht Wollen wir uns das Bett legen? Ja, also wir brüllen uns schon viel an Ja, doch Latent Also untereinander Vor allen Dingen Die Waren brüllen Ich mach dich mal lauter gerade Weil die Musik so schön ist Okay Ups, ich lieg im Bett Ich auch Wen ich von diesen deutschen Verschrieenen YouTuber Wie gesagt, gar nicht so schlecht finde Ist die Melina Die ist aber eigentlich auch gar nicht so verschrien Also ich hab jetzt noch Dass die jetzt mal was zusammen machen Äh, was ist das hier? Nee Cripper? Cripper? Irgendwelche Cripper? Ja Bei dem Lexus ist es immer schwierig herauszufinden Ob da irgendwelche Crippers sind Also dieser Baum da muss weg Ich muss den fällen Der tut mir leid Aber der muss weg Ich weiß noch nicht, wie ich es mache Aber Muss irgendwie Ich mach mir jetzt erstmal aus dem ganzen Eisen Sachen Und dann gucken wir mal Und dann der hinten Oh, da hinten mein anderer Ancient Tree ist Der ist ja nicht so geil Vielleicht das ist ja, okay Dann würde ich da mal gucken Was man da so alles machen kann Ich sortiere gerade mein ganzes Gemüse hier ein Das gehört, glaube ich, dahin Wildcrafter besteht zu 99% immer aus Sortieren Und Gemüse Ohne Hunger haben Wie blöd Oh shit, das habe ich auch alles noch nicht Und da habe ich den Ah, ich kann Töpfern wenigstens Ich kann mir ganz viele Töpfe herstellen Und dann kann ich da diese Erde machen Und so wie True mir das gezeigt hat Wenn ich mich noch dran erinnere Ja, Iron Ho Ich habe nämlich, glaube ich, eben aus Versehen Irgendwas kaputt gemacht Wie macht er Ah, Zombie War dann das Ich verstehe das Geh weg War das Lehmblöcke? Brauchte man ganze Lehmblöcke dafür? Ich glaube, ich erinnere mich daran Dass er irgendwas von Lehmblöcken gesagt hat Ja Los Aha Oh, ja, Mensch Ich habe Ja, alles gut Habe ich Hingekriegt Okay Kann man wohl irgendwie noch mehr machen Wieso sind denn hier so viele Dinger Wenn man Ja, einfach Ach, ich kann die da drin auch aufbewahren Wenn ich will Oder so Keine Ahnung Ich packe mein Leben da jetzt mal rein Und es da da aufbewahrt Gut Ich ernte gerade mein ganzes Feld Hab, das ist alles voll schön gewachsen Dann habe ich wenigstens Sachen Die ich vermutlich trotzdem nicht zu essen Weiterverarbeiten kann Weil man dafür noch irgendwelche Exotischen Sachen braucht Die ich sonst nirgends kriege Aber Ach, die verbinden sich automatisch Sehr geil Noch mehr Gurken Ich mag keine Gurken Aber hey, Gurken Die nicht mehr in mein Die passen nicht mehr in mein Inventar Aber ich habe einen Rucksack dabei Cool Schön Jetzt war es so, dass ich Da Erde reinpacken musste Und dann musste ich die Erde Mit diesem Zeug anklicken Und dann war es das auch schon Okay Glaube ich Zumindest True Ich habe das vergessen Es tut mir so leid Ich bin dumm Dummheit muss dir nicht leid tun Nee, dafür kann ich ja nichts Das ist ja mein Normalzustand Richtig Irgendwas macht hier komische Geräusche Ähm Ich werde doch wohl noch irgendwo Erde haben Nein Ich gehe mal buddeln Du hast keine Erde Dabei habe ich mich doch In ein Haus reingebuddelt Da müsste ich doch eigentlich Dann Erde haben Weil ich wohne ja in einem Loch Naja Was, du brichst einfach Bei anderen Leuten ein Was, ich? Ich brich doch nicht bei anderen Leuten ein Das ist doch Das war mein Loch Ich habe das zuerst gesehen Was? Das war mein Loch Ich habe das zuerst gesehen Richtig Hört zu meinem Körper Im Moment Falsches Loch Ähm Kuh Schönes Po-Loch Das ist dann wirklich Das falsche Loch Na gut, kommt drauf an Solche Leute geben Die da drauf stehen Was habe ich hier Eine Gurke Ach Mann Gut Hätten wir das auch geklärt Ja Bitteschön Habe ich hier Lauch? Oh, schöner Lauch. Okay, ich muss auch mal wieder gucken, wie es in meinem Kompost geht. Okay, manchmal verstehe ich das hier nicht. Ich habe gerade Lauch in dieses Dingen getan, ne? In diese Lagerungssystem-Dinger hier, ne? Und jetzt kommt er mir wieder entgegen. Hm. Ach, das ist ein Rawflower-Pot. Die müssen erst noch gebrannt werden. Okay. Ah, also man muss die erst brennen, bevor man ... Dann mache ich die mal kurz alle weg. Ich muss erst mal gucken, wie das geht mit diesen Dingern. Okay. Also, wenn ich versuche, alle einzupflanzen, dann verwandeln sie sich wieder zurück in den Lehmklumpen. Die muss man irgendwie erst brennen. Das bedeutet, ich muss die wahrscheinlich in den Ofen packen oder so. Ich weiß es nicht. Schuhe, es tut mir so leid. Ich habe dir nicht zugehört. Oh, wie gemein du bist. Habe ich hier schon irgendwo Rasp-Berries? Nee, das sind Kran-Berries. Die plus das und dann hat man die irgendwie ... Und dann kann man das irgendwie hier so irgendwie da so Sachen machen? Ich ... Hm, ich glaube, so irgendwie war das. War das nicht. Sellerie. Hm. Zwiebeln. Ich habe Zwiebeln. Habe ich da schon wieder noch mehr Wintersquash? Wo kommt das alles weg? Ich will es doch nur in meinen Schrank tun. Ach, tatsächlich, man kann die einfach in den Ofen packen. Dann ist ja gut. Warum habe ich jetzt wieder Zwiebeln? Ich verstehe es nicht. So. Was musst du für Dinge, Mädchen? Ich versuche zu sortieren, aber irgendwie kommen mir die meisten Sachen wieder entgegen, obwohl ich sie voll ins richtige Fach tue. Ah ja, so macht man die. Das sind die gebrannten Töpfe. Vielleicht kann ich ja irgendwie gebrannte Töpfe mit Erde kombinieren. Irgendwas. Egal, ich warte jetzt einfach, bis das gebrannt ist. Bist du eine Artischocke? Ich glaube, du bist eine Artischocke. Äh. Die Nase kitzelt. Hm. Glüder Heuschnupfen. Habe ich hier schon irgendwo Rhabarber? Nee, habe ich nicht. Was, du hast keine Rhabarber-Rhabarbera. Rhabarber-Barbara habe ich nicht. Die macht noch Rhabarber-Barbara-Bier für die Barbaren. Weißt du Bescheid nicht? Ja, ich weiß Bescheid. Äh. Kompakt. Hätte ich gerne alle davon. Kaliblau hatte ich doch aber auch schon irgendwo oder nicht. Das mache ich jetzt Honig und... Scheinbar nicht, oder? Ich bin blind. Ich bin mit dem System jedes Mal aufs Neue nicht klar. Steht da vorne irgendwie so, wie ging das denn nochmal? Ach, da war meine Erde. Nevermind. Im Regal war die neben... Kann ich jetzt sagen. Niemand muss da näher drüber nachdenken. Hagi-Ball hat Erde im Regal. Alles gut. Soll so. Irgendwer was in meinen Backwarenkasten getan? Natürlich nicht. Keiner füttert mich. Verschämtheit. So, jetzt habe ich hier wieder Dagi-Bee-Zeug. Press sie aus. Press sie aus. Oh Gott, ich habe vier von diesen kleinen Larven. Ich habe auch zu viele davon. Eigentlich könnte ich eine riesengroße Honigfarbe aufmachen. Ja, wie mache ich das nochmal? Ich tue die alte Königin mit... Ins Crafting-Inventar und dann kriegst du Royal Jelly raus. Und den Royal Jelly kombinierst du dann wieder mit den Larven. Ah. Da ist mal eine neue Queen Bee. Das geht nicht. Gehen sie mal, sie werden jetzt ausge... Das ist voll brutal. Du tust eine Biene in den Kasten, damit sie ausgepresst wird. Das ist voll ekelig. Ja, aber so ist das halt. Das ist die Natur. Ja. Äh, das wollte ich jetzt... Ekelig und brutal. Was mache ich jetzt mit den Larven, die ich übrig habe? Die kann ich doch nicht ins Regal tun. Ich habe die bei mir einfach auch in eine Truhe gestopft. Was hast du so in deinem Regal? Bienenlarven. Vielleicht nicht machen sollen. Oder nee, doch, es klappt. Ah, es glitzert. Dann ist alles in Ordnung. Da ist Grünzeug. Glitzert und dann funktioniert das, denke ich. Ja, dann muss ich dann jetzt Sachen drauf anbauen, von denen ich immer welche Sachen schnell haben will, weil das diese gute Erde ist. Will ich denn davon haben? So alles essen. Tomaten hätte ich gerne mehr. Berries nicht so. Peanuts habe ich auch wieder recht viele. Garbage Bees. Eggplants. Ach, ich habe noch eine Dagi Bee hier im Inventar. Alles klar. Uh. Es tut mir voll leid. Ich glaube, ich habe meine letzte Folge aufgehört mit Sortieren. Was mache ich heute? Sortieren. Aber ... Ja, was willst du auch an? Das ist halt ... Das ist ja Sortiercraft. Das integriert ja ein Plugin. Also, das heißt nur nicht, dass es dir jemand abnimmt. Du musst es selber machen, aber ... Oh, das wäre es. Ich schmeiße einfach alles in eine Kiste und der sortiert mir das sinnvoll in die Dinger. Ja, nicht so dumm wie dieser Scheiß-Mod. Ja, einfach so Bauzeugs zu Bauzeugs, Erze zu Erzen. Das kann man ja machen. Da muss nur ein richtig großes System dahinter bauen. Es ist machbar, das zu bauen. Bei dem Wort System hört es bei mir ja schon wieder auf. Ja, das ist mir auch schon zu kompliziert. Das kann ich nicht mehr schreiben. Süß mit Ü, ne? Mit Ü, ja. System. System, das Süß-Dem, damit dem. Süß-Dem. Das ist voll süß. Süß-Dem, echt mal. Peanuts. Peanuts, Peanuts. Tu das einfach hier in die Kiste, das ist mir dann auch egal. Bei Peanuts, bitte. Und dann noch, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Deswegen, ich packe es jetzt einfach mal da hin. Und ich hätte gerne noch Tomaten. So, jetzt gucke ich mal hier nach, irgendwas coolem zu essen, was ich mir vielleicht mit meinem ganzen Gemüse hier kraften kann. Mikro geben wir richtig. So. So, dann kommt der Rest. Mache ich einfach erst mal ausprobieren, wer das läuft mit dem Potray-Dingern. So, bis jetzt sieht es cool aus damit. Ein Fruchtsalat, ein Veggie-Salat. Wie mache ich den denn? Aus Kartoffeln? Wilden Karotten? Habe ich alles nicht. Ja, also mein Gemüsebeet sieht inzwischen auch schon so aus, dass ich denke, geil. So würde ich auch gerne wohnen. Aus dem schon wieder Dus da. Ach Mann, ey. Du bist nicht bei deinem normalen Haus da, ne? Bei mir in der Nähe? Doch, ich bin bei meiner Butzelhütte bin ich. Ach so, cool. Ich komme gleich mal bei dir vorbei. Vielleicht können wir ja ein paar Samen tauschen. Hm, lass uns Samen tauschen, Nina. Lass uns Samen tauschen. Was habt ihr letzte Nacht so gemacht? Oh, wir haben Samen getaucht. Ich kann nicht mehr. Ah, was hast du gehört? Es wird dunkel? Es wird dunkel, ja. Die Dinkelheit bricht ein. Die Dinkelheit. Die Dinkelheit. Das Böse! Das Böse! Okay, dann gebe ich mich schon mal Richtung Bett und dann kann ich früh aufstehen und dich besuchen. Sehr schön. Meine ganzen Seeds sind auch irgendwie alle im Cap. Warte, ich lege mich auch hin. Plopp. Mit dem Schwert in der Hand, natürlich. Ach so nennst du das? Das wäre dann nicht mein Schwert in der Hand. Ich würde es gar nicht wissen. Ich würde das gar nicht so genau wissen. So, dann können wir... Keine Details, bitte. Keine Details. Nee. Keine Genitals, keine Genitals, bitte. Warum? Weil es passte gerade so schön. Ja, aber du musst mich nicht immer nachhaltig in meiner Fantasie traumatisieren. Das ist mein Job. Ja, aber ich dachte, du hast Urlaub. Nimm den sehr ernst, ja. Ich dachte, du hast Urlaub. Nee, gerade nicht. Oh Mann, oh. Da gab es eben irgendeine Pilzsuppe oder sowas und dafür brauchte ich diese Pilze. Die Pilzsuppe, echt, habe ich mir ganz lange hier in Live und so über Wasser gehalten, muss man sagen. Aber ich finde die blauen Pilze nicht, die ich dafür brauche. Ich glaube, du kannst das sowieso jeden irgendwie vernehmen, oder? Weiß ich nicht, da standen irgendwie so drei eben angezeigt. Na ja. Soll mir egal sein. Da finde ich schon, sind das schon welche? Kann man dann aber sortieren. Dann habe ich auch zu viele. Oh, da ist, da ist Zeugs. Komm mal mit hier. Zeug. Fleisch, da kommt jetzt Fleisch rein. So. Ey, das ist bei mir, das ist einfach auch immer nur permanent sortiert, Kraft. Das ist nicht mehr schön. Ist so. Das kann ich hier raus machen. Zeig, zeig mir, nein, zeig mir jetzt mal an, was ich Tolles da raus... Nein, ich will wissen, was Tolles da für muss ich U drücken, ist klar. Okay, ich könnte mal wieder Raspberry-Kuchen. Was ist das denn? Vanille brauche ich dafür, habe ich nicht. Oh, Kuchen. Ich will wissen, wie man Vanille macht. Aus Vanille-Beans. Grow best in Jungle and Swamp zu leisten. Um Vanille-Beans zu bekommen, muss ich wahrscheinlich auch in... Endlich mal wieder in den Dschungel. Alter, hast du hier Grillen. Ja, die grill ich schon ab und zu regelmäßig, weil dann nicht Kohlampf habe. Okay, ich brauche Floor-Raspberries. Jetzt schwimme ich hier wieder durch diesen gefährlichen See, wo mich letztes Mal der Piranha angegriffen hat. Bakeware, Chugga oder Honig und dann halt einfach... Oh, jetzt habe ich das wieder weggekriegt, weil ich dumm bin, Mann! Ey, dumme Scheiße! So, alles gut. Ich glaube, ich habe es Piranha-frei von A nach B geschafft. Ja, das ist gut. Salz, Floor, Freshwater, Mixing Bowl. Das ist kein Problem. Salz ist kein Thema. Floor. Floor habe ich doch... Ich musste doch... Musste man... Weizen musste man doch irgendwie malen. Du fragst mich gerade ernsthaft, wie irgendwas funktioniert in diesem Spiel? Nee, für... Hallo. Hi. In meiner oberen Kiste sind Samen, da kannst du alles rausnehmen, was du brauchst. Oh, nice. Ich vermahle nicht mehr so viel. Oh, Soja. Nice. Nein, ich will an eine bitte nur, damit ich die vermehren kann. Okay. Cabbage habe ich, Peanut habe ich. Okra? Warte, ist Okra? Habe ich Okra? Ich glaube, ich habe kein Okra. Ich muss mal gerade gucken, wie das ging mit dem... Irgendwie, um sich Floor zu machen, muss doch irgendwie eine bestimmte spezielle Workbench oder sowas. Blueberry habe ich mir auch gar nicht. Und Tee. Okay. Oak Fancy Workbench. Nee, brauche ich jetzt nicht. Darf ich mir Kakaobohnen abziehen? Kannst du gerne machen, kannst du gerne nehmen. Habe ich genug von. Nice. Hat man die einfach eingepflanzt oder wie war das? Ähm, du brauchst Tropenholz dafür. Tropenholz. Und dann packst du die da dran und wachst in diese Kakaobohnen. Das funktioniert wie ein Vanilla. Hast du Tropenholz? Ähm, es kann sein, wenn du in meine Kisten da drüben guckst, dass du noch Tropenholz findest. Ich suche einfach mal. Aha. Und ich suche nach irgendwas, womit ich Mehl malen kann. Soll muss auch möglich sein. Oh, du hast Erdbeeren. Oh. Ja, ich habe Erdbeeren. Red Rose Leaves. Moment, wie macht man die? Mit dem Schizzle. Mit einem Schizzle kann man aus Blättern Rosenbüsche machen. Alles klar. Machst du das nicht immer so? Ich mach das immer so. Alter, da kann man ja voll die geilen Sachen mitmachen. Alles klar. Chili, Pepper. Schizzle, Mod Beste. Okay, wenn hier die ganze Bakeware ist, dann muss doch auch irgendwo hier die Info dazu stehen, wie man... Oven. Vielleicht muss ich ein Oven machen. Nee.